Grüß euch Leute, willkommen zu einem neuen Video aus der Wettkampf-Diät-Reihe. Ich bin nur noch 23 Tage out bis zu meinem ersten Wettkampf, bis zur INBA in den Niederlanden. 23 Tage sind ein bisschen mehr als drei Wochen, also es ist nicht mehr viel Zeit. Und heute steht was ganz Besonderes an, denn ich treffe mich mit einer deutschen Natural Bodybuilding-Legende, dem André Patrice. André war, glaube ich, auch selbst mal Natural Bodybuilding Pro. Ich weiß nicht, ob er seine Profilizenz noch hat. Ich glaube, die ist mittlerweile ausgelaufen. Aber er hat auf jeden Fall schon an etlichen Wettkämpfen teilgenommen, viele Leute auf die Bühne vorbereitet und ist ein echter Meister in Sachen Posing. Ich denke, da habe ich auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Sehe natürlich auch an mir selber schon, dass ich gewisse Dinge noch verändern muss. Ich kriege zum Beispiel richtig schlecht die Spannung im rechten Quad gehalten, vor allen Dingen, wenn ich kurz davor Beine trainiert habe oder so. Da müssen wir gleich auf jeden Fall mal drauf schauen und versuchen, das Ganze zu verbessern. Ich denke, der André wird mir da sehr, sehr gut bei helfen können. Ich bin jetzt aber gerade auch erst aufgestanden. Wir haben gerade halb acht und jetzt geht es erst mal an die Arbeit. Heute stehen, zur Ausnahme mal, keine Klienten-Check-Ins an. Ich bin ja Vollzeit-Coach auch und bekomme eigentlich fast jeden Wochentag immer Feedbacks von meinen Kunden geschickt. Heute ist Freitag. Heute ist so der einzige Tag, wo ich das mal nicht habe. Aber ich bin trotzdem immer für meine Klienten, ich sage mal, erreichbar. Und da können sie mir dann zum Beispiel auch Technik-Feedbacks schicken oder ihre sonstigen Anliegen, Schildern, Fragen stellen. Und ja, mein Messenger ist auf jeden Fall gut gefüllt. Deswegen gehe ich jetzt direkt erst mal hin, arbeite. Später soll es dann auch noch ins Oberkörpertraining gehen. Ich denke, da werde ich euch heute aber nicht mitnehmen. Ich möchte das Training, ich sage mal, gut einfach durchziehen. Und dann treffen wir uns aber dann später, wie gesagt, mit dem André. Schauen aufs Posing. Und darum soll es heute in diesem Video gehen. Cool. Dann bis später. Ach ja, eine Sache will ich euch auf jeden Fall noch sagen. Ich habe mich heute mit 79,0 Kilo eingewogen. Das ist ein absolutes Low für mich. Ich war lange, lange Zeit nicht mehr so leicht. Das letzte Mal vor drei Jahren bei meiner letzten Wettkampfvorbereitung, damals aber noch für die Manspephysik. Ich glaube, da war das niedrigste Gewicht, was ich innerhalb der Perp erreicht habe, bei 78,8. Ich bin jetzt also nur 200 Gramm schwerer, aber schon deutlich, deutlich leaner und auch deutlich muskulöser. Und muss sagen, in Relation zum letzten Mal fühle ich mich auch noch deutlich besser, beziehungsweise komme einfach viel besser mit dem Körperfettanteil. Klar, ich schlafe besser, ich performe besser im Training, bin auch immer noch weniger gestresst als damals und so. Also befinde mich gerade doch in einem noch recht guten Zustand, aber trotzdem eben auch in meiner absoluten Bestform. Also in so einer Form wie jetzt war ich wirklich noch nie und freue mich, die jetzt auch in den nächsten Wochen noch weiterhin zu verbessern und die aber auch heute einfach mal zu präsentieren und bin auf jeden Fall gespannt, was der André da später dazu sagt. So, Technikfeedback sind raus. Die erfolgen bei mir immer per Videoanalyse. Und schaut euch jetzt mal diesen kleinen Süßen an. Das ist der Sam, unser neues Familienmitglied. Ist jetzt elf Wochen alt, eine kleine französische Bulldogge und er fragt sich, hey Papa, was machst du hier mit der Kamera? Na, alles gut, Sam? Ja. Richtig süßes Kärtchen. So, erste Mahlzeit des Tages um 10.30 Uhr. Hab, wie gesagt, gearbeitet, war noch mein Hund draußen, eingekauft und so. Das sind, ja, 30 Gramm Haferflocken mit 200 Gramm gefrorenen Beeren und 50 Gramm hier von dem Elite Pro Komplex. Das ist im Geschmack Vanilla, sehr zu empfehlen. Ja, geile Mahlzeit. Sorry für die Soundkulisse, der Saugroboter ist hier im Hintergrund tätig. Und ja, ihr wisst ja, wenn ihr etwas auf ESM-Produkte sparen wollt, dann könnt ihr wie immer den Code HYPER benutzen. Nur im Shop von ESM.com gültig. Und mit dem Code bekommt ihr immer den aktuellen Bestpreis. Es gibt ja immer unterschiedliche Rabattaktionen, die für eine Woche meistens laufen. Und der Code bezieht sich dann eben immer auf die jeweilige Rabattaktion. Also wenn es in der Rabattaktion 20% gibt, dann kriegt ihr auch mit dem Code immer 20%. Und damit spart ihr immer den jeweiligen Bestpreis und unterstützt mich. So, ich bin jetzt hier beim André. André, komm mal herüber. Ich glaube, das ist so weitwinklig, das reicht fast, oder? Ja, das sollte reichen. Genau, hey, wir haben jetzt hier zwei Podcast-Episoden aufgenommen. Die erste Episode ging so ein bisschen um das Thema Mindset im Natural Bodybuilding. Richtig, richtig geile Episode. Also, die müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Die wird auch schon online sein, wenn dieses Video rauskommt. Ich werde die Episode unten in der Beschreibung verlinken. Der zweite Teil, das war ein kleines Q&A. Das kommt dann ein bisschen zeitverzögert. War aber auch nice. Wird auf jeden Fall so ein bisschen anspricht, das anzuhören. Ja, würde ich auch sagen. Und ja, ich bin ja jetzt, wie gesagt, drei Wochen out bis zu meinem ersten Warm-Up-Wettkampf. Und werde mich jetzt vom André begutachten lassen, wie schon angekündigt. André ist ja auch Coach, auch Juror, Judge. Also, der weiß genau, worauf es ankommt und wird mir jetzt auch noch ein paar Tipps geben. Vermutet man zumindest, ob es wirklich so ist. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, was der André sagt. Der hat auch eben schon im Podcast durchsickern lassen, dass er kein Blatt vor den Mund nehmen wird. Also, der wird knallhart mit mir sein. Einfach ehrlich, nicht knallhart. Ich bin einfach nur ehrlich. Wenn ich Stärken sehe, dann lobe ich. Wenn ich Schwächen sehe, dann kritisiere ich natürlich. Wenn Verbesserungspotenzial da ist und ich der Meinung bin, das ist ja auch immer nur subjektiv. Manche finden Posen so schöner, ich finde Posen so schöner. Dann natürlich meine ganz eigene Art und Weise, auch das Posen zu vermitteln und so. Und das ist natürlich ja. Aber da bin ich immer ehrlich. Also, das, was ich gut finde, sage ich dann auch. Was ich gut finde, was ich nicht so gut finde, sage ich, was ich nicht so gut finde. Super. Und ich sage auch gerne, was ich anders machen würde. Ich denke, damit kann ich auch am meisten anfangen, wenn ein ehrliches Feedback kommt und einem nicht nur immer Honig ums Maul geschmiert wird. Was viele natürlich auch immer gerne machen, wenn die wissen, hey, der ist in der Konto des Prerb und so. Dann wird dann immer sehr gut zugeredet und so. Ich bin ehrlich, aber das ist auch, also da bin ich auch wieder ehrlich, es gibt Läden, die sind einfach gut, Mann. Und wenn die dann gut sind, bin ich ganz ehrlich, ich bin dann auch schon manchmal schnell fasziniert. Also, so vom Sepp oder so, wenn der sich halt, hey, da gibt es halt wenig zu bemängeln. Da gibt es halt immer, irgendwas gibt es immer zu bemängeln, aber halt schon doch deutlich weniger. Und dann kann das manchmal schon so wirken, auch als würde ich da halt Honig ums Maul schmieren wollen, aber da bin ich auch einfach nur ehrlich. Wenn der Athlet gut ist, ist er echt gut. Dann bin ich beeindruckt und dann, genau. Aber gucken wir mal, wie du auch siehst. Gehen wir mal rüber. Ja. Und dann, ja. Let's do this. Viel Spaß. So, wie groß bist du? 1,81. 1,81, 79,9 Kilogramm. Für Lopin-Frei, das Bodybuilding-Körper, Brüste minus 100, ist schon immer stabil. Wenn man dann einen gewissen, geringen Körperfettanteil hat, ne? Mhm. Ja. So, das sieht schon richtig, richtig nice aus. Auf jeden Fall, also wirklich, ich bin positiv überrascht. Was mir gerade schon so ein bisschen aufgefallen ist, beim Duellschauen, du hast wirklich Schwierigkeiten, den Druck in die Quads zu bekommen, ne? Ähm, eventuell würde ich halt natürlich wirklich rum experimentieren mit der Fußposition, bis du wenig Druck rein bekommst. Und jetzt bin ich sogar tendenziell so, dass ich fast sagen würde, stehe mal auch was enger. Vielleicht damit auch deine Adoptoren leicht schließen, weil dann wirken die Beine oftmals massiver. Und jetzt hast du immer noch so eine leichte Lücke dazwischen. Ich würde fast noch ein bisschen enger stehen, ja? Wirklich. Dass die geschlossen sind. Einfach wirklich tendenziell rum experimentieren. Siehst du, jetzt hast du schon mehr Druck drin. Der nächste Punkt ist, du rotierst von Anfang an die Füße schon sehr weit nach außen. Und du ziehst auch die Fußspitzen an, ne? Darum, das ist so, du wirst für dich immer einen Aha-Moment hoffentlich haben und sagen, aha, so kriege ich Druck an die Beine, ja? Aber in der Regel, also meines Empfindens nach, ist es meistens so, ich versuche die Füße eher neutral noch zu halten auch, genau. Und dann habe ich nämlich auch Potenzial, über den Boden so ein bisschen Druck nach außen zu geben. Und dann kriege ich den Rektus richtig tief. Wie so ein Teppich, den du in der Mitte so auseinanderziehen willst, weißt du? Weil wenn du schon so anfängst, dann kannst du nach außen gar keinen Druck mehr aufmachen. Wenn du aber neutral stehst, dann hast du Potenzial, dass die Füße weit außen krutscht sind, irgendwann, weil du so viel Druck aufbaust. Dann stellst du dich schnell wieder neutral, schützt einmal durch und fängst von vorne wieder. Also ich versuche, am Anfang nicht direkt umzustehen, sondern ein bisschen die Adduktoren schließen zu lassen, genau. Aber grundsätzlich muskulär echt schon ziemlich, ziemlich nice. Ja, wirklich. Sieht richtig gut aus. Und jetzt kriegst du auch ein bisschen mehr Druck in die Beine. Manchmal bedarf das einfach so ein bisschen Zeit. Latt von vorne kommt richtig gut, finde ich. Die Schulter flacht ein bisschen ab. Aber wenn dann mal ein bisschen Punkt drin ist, du mal ein bisschen voller bist. Machen wir den Laufen Bizeps. Ja, Druck in die Beine. Schön, schön. Also bin ich proportional echt schön so. Könnte halt überall mehr Masse sein, kann immer mehr Masse sein. Aber es ist jetzt nicht so zum Beispiel, dass du einen schwachen Lat hast oder so. Oder schwache Arme so. Ich finde deine Arme sogar richtig schön. Du hast ein bisschen Arme geregelt wie ich tatsächlich. Weil hier kommen hier richtig schön, wie der Bizeps zeichnet sich ab. Du hast hier den Bizeps-Split drauf. Die Trizeps-Fasern kommen hier. Du hast genau die gleichen Muskel-Zeichnungen auch am Nebenarm wie ich selber. Und das ist richtig gut für eine Doppel Bizeps von vorne. Lange und Hosen halben klappt auch. Schnaufe wie ein Wildfern. Aber gut. Lensspread von vorne. Druck in die Beine. Was ich persönlich jetzt zum Beispiel auch gar nicht mag, also das ist gerade schon gesagt, so objektives Empfinden ist, dieses ruckartige zu posen und so. Mach den Lapp auf, macht da jetzt keine große Schau draus oder so. Das ist so, das kann sogar, also wie gesagt, das kann sein, dass ein Judge das sogar als unsympathisch findet. So mach den Lapp. Stell dich hier, Latt auf, über Front Latt, ein Lächeln, non-verbale Kommunikation mit den Judges. Gucken, wer guckt mich an, jetzt hast du es wieder gemacht, weißt du. Da hast du es auch drin. Und wenn dir das natürlich zusagt, warum jeder hat sein individuelles Posing am Ende halt. Das muss jeder selber wissen. Ich persönlich würde es nicht machen. Ich finde es nicht so cool. Bei einem. Aber auch Leg Spread von vorne, allgemein bist du sehr proportional. Deine Brust fällt mir so schon auf, um dass du ein Side Chest machst. Sehr voluminös. Relax. Noch mal ein Side Chest. Und ich würde fast sagen, Brust ist so auf jeden Fall mit deiner stärksten Muskelfatie. Ja, auf jeden Fall krass. Sick. Sehr schön gepostet. Leg das Knie ein bisschen weiter drüber. Sieht man, da tut man ein Posing in der Belegzeit auf jeden Fall. Wirklich jetzt. Das ist richtig schön. Also einfach für die Zuschauer. Vielleicht finde ich bei der Side Chest super wichtig, dass die Schultern auf einer Höhe bleiben. Man macht nicht so, das sieht nicht so schön aus, wenn man auf einer Höhe bleibt mit den Schultern. Die hintere Schulter, die wo man die Brust pflegt, und die Schulter bleibt weit vorsteht, die dir jetzt auch aus der Kamera, wirkt der viel breiter direkt. Man hat so eine Silhouette. Das bedeutet so, von links nach rechts wird man einfach sehr massiv, wenn man sich verhältnismäßig frontal drehen kann, aber in der Hüfte trotzdem seilig bleibt. Das ist eine Illusion, die man hat so. Man wird viel massiver, weil hier ist breit auf einmal, weil man diese Diagonale hat, und hier bleibt es trotzdem sehr schlank. Das Knie drüberlegen, genau das Gleiche, und dann guckt man in einem anderen Winkel aufs Bein. Auch die Einschnitte in den Beinen hier, die gefallen mir wirklich richtig gut. Die laterale Faszien, so kann man richtig schön sehen, die ganzen Fahrt dann wieder durchgehen. Beim Bolger ist halt schwach. Arme sind okay. Brust ist sehr stark. Halt einfach und darum flachen jetzt die Arme, Schultern so ein bisschen ab. Aber sieht sehr schön aus, wie die sehr schöne Post. Seid ich Trizeps? Müsste eigentlich ein Aufschlag sein, weil ich kann euch das sagen, ja, also ich fühle Abstand, bis jetzt die stärkste Pose, die ich dann von dir gesehen habe, Lizeps teilt sich unnormal ab. Richtig schön, Trizeps. Das ist richtig streifig. Der Bauch ist richtig flach. Nice, Mann. Blutstreif haben wir noch nicht, aber das ist auch nicht immer so wichtig. Das ist nicht so wichtig. Wie gesagt, bis zu dem BF, bis sie den echt frei haben, bin ich fest von überzeugt. Und das Tolle ist, relax mal kurz, genau. Bleib ruhig aber seitlich stehen, damit ich nur so ein bisschen Zeitung erklären kann. Das Tolle ist jetzt, wenn man eine dicke Titte hat, wenn man eine richtig pralle Brust hat, sieht eine seitliche Trizeps-Pose mal göttlich aus. Weil hier genau das Gleiche, du versuchst dich im Oberkörper leicht einzudrehen, der Arm kommt von hinten, greift von unten rein. Genau, ich würde auch nicht hinter das Handgelenk greifen. Ich würde immer, Posen-Seminar, nichts gelernt, von unten eine Suppenkelle machen. Mit der Hand, wo ihr den Trizeps flext, weil dann ist man viel mobiler im Schultergelenk. Du kannst jetzt das Schultergelenk wirklich nach hinten dringen. Wenn du es hinten in der Tonne hältst, hast du wieder hier viel mehr Diagonale. Wichtig ist, ist eine seitliche Trizeps. Der Trizeps muss zu sehen bleiben. Leute, hier bleibst du so schweiglich stehen, die Schulter bleibt hinten. Und hier schiebst du das Schulterblatt wieder vor. Dadurch erzeugst du einen Look, als würdest du dich eindrehen. Drehst dich aber nicht ein. Weil wir wollen ja den Trizeps sehen. Wenn du dich eindrehst, dann sage ich, dass ich den Trizeps sehen kann ja mehr dein Trizeps. Das bedeutet, hier bleibst du seitlich stehen. Und die Schulter schiebst du jetzt einfach nur vor, dass man ein bisschen Titte sieht. Und das ist das, was ich meinte, hat noch eine krasse Titte, wenn hinten die Brust noch so rumkommt, die schön streifig ist, wie bei dir jetzt schon. Das sieht richtig gut aus. Das sieht wirklich richtig gut aus. Deine seitliche Bauchmukulatur, auch sehr stark ausgeprägte Serratus. Beinbeuger, jetzt leg den mal leicht drüber. Nicht anspannen. Beinbeuger in Beinbeugenposen, nicht anspannen, sondern nur, leg den nur drüber und fake den. Verstehst du? Lass den locker, spann den mal nicht an. Lass den mal richtig hängen. Lass den richtig hängen, locker hängen und nur das Knie da drüber legen. Richtig. Dass du richtig mit dem Minials vom anderen Bein richtig den Beinbeuger andrückst. Wenn man den anspannt, dann verliert der ein Volumen. Ich würde mich sonst jetzt fast ausziehen und das einmal zeigen. Den Glut kriegst du Druck rein, indem du dann am Ende das Becken wieder vorschießt. Genau. Das bedeutet, du stehst dann so ein bisschen auf. Kriegst du mich hier mit drauf? Ja? Kann man hier Oberkörper und Glut sehen? So? Ja? Ja. Gut. Das bedeutet, geh mal tiefer in die Hock mit beiden Beinen. Genau. Und lass mal jetzt den Beinbeuger wirklich hängen. Lass mal locker das Bein. Spann mal nicht an. Leg das mal nur drüber, das Knie hier. So, und jetzt schiebst du das Becken aufrecht. Du kommst im Becken, genau, noch höher, höher, höher. Ja? Dann versuchst du aber über diese Hüftstreckung quasi den Glut anzuspannen. Also von hier kommst du richtet mal, komm mal wieder. Genau, oder was? Wie ist der das? Und da muss man üben, den Druck, Seiten, den seitlichen Posen da rein zu kriegen. Gerade hat sich da ein großer Streifen durchgezogen. Versuch mal wirklich, guck mal, mach mal die Hüfte, schritt mal das Becken nach hinten noch mal ein bisschen. Genau. Geh mal tief in die Hocke. Jetzt kommst du hoch und schiebst gleichzeitig die Hüfte vor. da ist der Druck. Das muss man echt üben. Da muss man halt ein bisschen üben. Der flimmert da durch. Der will streifig sein. Will er auf jeden Fall. Doch wie ist es von hinten? Ja, Rücken brutal stark. Immer einen kleinen Schritt noch mal wieder, dass du relax machst. Immer einen kleinen Schritt Richtung Wand, sonst bist du nicht ausgeleuchtet. Genau. Hamstring, einfach raus. Also der Rücken wirklich stark strukturiert. Überall Streifen drin und so. Auch Schultern, Arme flachen fast ein bisschen ab. Mit der Tannenbaum, Mund ist einfach ekelhaft, krass krank. Ich würde fast sagen, wir haben echt eine ähnliche Zeichnung. Wirklich. Also von der Physik her so mein Rücken auch immer so verdefiniert und die Arme schön abgeteilt. Relax. Beinstellung gefällt mir gar nicht. Der Glut will auch schon so von hinten auch streifig werden. Also sieht man, ich weiß nicht, ob man es auch auf der Kamera sieht, aber so sehe ich es. Schulterbreit stehen. Ein bisschen vor der Linie wegen dem Licht hier. Genau. So Schulterbreit. So breit bist du auch nicht. So. Und die Füße auch wieder neutral. Ja. Nicht so direkt nach außen rotieren. Es gibt jetzt, das sind wieder persönliche Präferenzen. Es gibt wieder so Leute, die sagen dann so, boah, ich will das unbedingt weiter außen rotiert haben, dann sieht mein Bein so von der Seite dick aus. Aber keiner kann ja auf die Details in meinen Beuger gucken. Ich würde also möglichst aufrecht stehen bleiben eigentlich fast, auch um groß zu bleiben, um groß zu sein. Ein Bein gerade nach hinten rausstellen, in beiden Beinen das Gewicht gleich verlagern, so in die Knie wippen. Genau. Und jetzt stehst du wirklich mit dem Gewicht gleich. Man steht schon nicht mehr so verzogen und hat dann eben eine ganz komische, krumme, runde Rückenpose. Und wenn du jetzt das Gewicht gleich verteilt hast, dann Druck in den Bein, die Zettel, Druck in den und stell dir vielleicht noch ein Stück weiter zurück, so ran. Zurück. Einfach nur, dass du das Bein mehr beugen kannst. Weil wenn du das Bein beugst, das machst du, du spannst den Beuger an. Druck in die Wade, Druck in den Beuger, Glut zusammen. Genau. Das musst du auf jeden Fall üben. Also die Spannung in den Beuger kriegst du überhaupt nicht rein. Und der ist nämlich eigentlich so definiert, ne, da ist gar kein Druck drin. Mach mal so. Ja, jetzt hat sie einen. Und du musst dir vorstellen, dass du das Bein halt curlen willst. Sonst geh noch mehr in die Knie. Was sagen wir, ich habe so eine super schlechte Stabilität, wenn ich die Beine so aufstelle. Stell dich mal einfach noch mal so, wie du stehen würdest, wo du sagst, du kriegst so richtig Druck drin in den Hamstrings. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt kriegst du auf jeden Fall mehr Druck rein. Aber jetzt ist das Szenario, dass man halt nichts sehen kann. Und jetzt hast du wieder den Druck nicht. Ja. Das musst du üben noch. Das kannst du auf jeden Fall noch üben, weil es ist voll schade. Weil, guck mal, du kennst die Moon-Pose, die man nicht machen darf. Nee. Machen wir quasi zur Bühne rumänisches Kreuz sehen. Ah, dieses. Leg dich mal vor. Geh mal weiter ins Licht. Geh mal nach vorne. Nee, nee, geh mal in die andere Richtung. Weiter vor, weiter, weiter, vor. Kann man jetzt leider nicht sehen. Aber da teilt sich alles ab. Es zeichnet sich alles ab. Ich hoffe, du kannst es später sehen. Kommen wir hoch. Weil das bedeutet, die Definition, die es da ist, das siehst du dann. Wenn du dann nicht runtergehst in diese gestrecktes oder rumänisches Kreuzheben-Position, dann kann man nämlich wirklich sehen, aha, der Weinbeuger, also da hießt du nicht mehr viel Fett. Nur wenn du ihn post, sieht er einfach Fett aus. Weil du den nicht richtig kontrahierst, weil er sich nichts durchzeichnet. Das musst du üben. Da musst du dann für dich vielleicht einen Weg finden, wie du den geflext bekommst, Mann. Das ist auf jeden Fall etwas, was du jetzt noch beeinflussen kannst. Dass du sagst, ich habe jetzt drei Wochen Zeit, das hinzubekommen, damit ich mein Beinbeuger richtig geflext bekomme. Ich hatte damit auch früher Probleme. Und das nächste Problem ist, in den Rückenposen nämlich, wenn du den Beuger hast, und den Glut hast, die beeinflussen des Gluts auch auf den Rückenstrecker. Und allgemein dann auch auf das Abkippen und Aufrichten der Wirbelsäule, der Lendenwirbelsäule. Und somit die Tiefe des Rückens. Dann gehe ich jetzt noch mal in die Rückenpose. Machen wir jetzt den Ladspread. Ja. So. Und aufziehen. Ganz genau. Das machst du schon richtig gut. Wie gesagt, du hast schon mal von mir so ein bisschen Posien-Input bekommen. Brust ist stolz. Leicht in den Reindeck kommt der Rückenstrecker. So, jetzt gleich relax mal die Beine. Stehen wir ganz neutral. Jetzt willst du im Line-Up stehen ohne die Beine anzuspannen. Jetzt ziehen wir den Lads auf. Mach die Brust stolz. Genau. Und lebe dich hinten rein. Und meistens hat man dann hier viel mehr Druck noch. Weil sobald man nämlich diese Ischio-Korral-Mufkulatur mit einbezieht, den Glut auf dem Teil der Rückseite, dann verliert man so ein bisschen Spannung im unteren Rücken. Das ist richtig schwer. Ich habe damit auch richtig Probleme persönlich zum Beispiel beim Posen. Aber sieht beides gut aus. Let's bread. Ja, super. Bauchbeine. Ja. Rücken ist auf jeden Fall sehr stark. Ja, wobei habe ich so ein paar unterschiedliche Posen, die ich machen kann. Also einfach ganz klassisch halt. Auch unnormal, Digga. Unnormal. Beine, 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 Beine. Ja. Okay. Das ist halt Standard. Ja. Habe ich halt noch die. Mhm. Ja. Ja. Und? Was haben wir noch? Ja, andere Seite. Schnellersitzung. Ja, ja. Was ich immer schön finde, ist ja mit dem Hüftversatz habe ich dir beim Poemseminar beigebracht. Richtig? Genau. Die Hüfte geht dann da rüber. Die Hüfte geht rüber. Und es geht weniger darum, das Bein wirklich komplett zu flexen, sondern eine ästhetische, schöne Pose mit Alleinstellungsmerkmal darzustellen. ne, findest du hier oben oder findest du die Beine gerade? Ne? Also hier so ungefähr, so wie, ne? Genau. Die Hüfte rüber, ja, weiter rüber, weiter rüber und dieses Ding hier, den Rektusmoos genau, eher anziehen, dann durchguck mal, wie der Radoktor jetzt poppt. Ja? Und das ist halt nicht, diese Streifen zeigen, sondern das ist auch, die Ellenbogen zeigen, eher noch mehr hoch, mehr hoch und nicht nach außen, genau. Aber auch, na genau, lass die Arme trotzdem auf, ohne so ein Kopfkissen hinter dem Kopf zu haben. Genau. Und dann die Hüfte rüber und dann legst du dich ins Standbein rein, im Oberkörper reinlegen, so ein bisschen. Das versuchst du wieder auszugleichen. Kümmer, ich versuche das mal einmal vorzumachen, als ich bei mir versuche. Ne? Einfach nur, dass man das mal sieht, die Silhouette. Ne? Das bedeutet, dass du hast ein Standbein, da geht die Hüfte hin, da ist dein Gewicht drin, das andere Bein kommt hier rüber, ziehst du an, dann kommt der Teil dich direkt aus ab, die Hüfte ist rüber und dann legst du dich leicht ins Standbein rein, ohne dass die Ellbogen so sind oder so sind, und die zeigen so ein bisschen nach oben. Du kannst halt den Arm dabei flexen, ne? Du kannst halt den Arm runternehmen und flexen auch. Ne? Das hier würde ich nie machen bei Bauch und Bein, wenn ich ehrlich bin. Wieso? Sieht nicht, meines Empfindens nach nicht schön aus. Ich würde mal den Arm runternehmen, du hast auch schlanke Arme, das sieht ästhetisch aus. Ne? Versuche mal, den Hüftversatz jetzt zu machen. Wie standest du gerade? Du standst gerade so oben. Ja. Weil darum, jeder hat ein anderes Empfinden, ein anderes Standbein. Das Bein hier ziehst du noch ein bisschen näher an. Nicht unbedingt nach da, sondern, ja? So, dass Adduktur auf Adduktur liegt. Genau. Tu den Fug mal ein bisschen nach vorne noch. Genau. Und jetzt wieder zurückziehen, dass du richtig Druck in den Adduktur bekommst. Und winkel das Bein mal an. Schieb das mal so auf die Zehenspitze, nicht auf die Hacke, nicht die Ferse im Boden. Nicht die Ferse im Boden. Auf die Zehenspitze. Genau. Anziehen so ein bisschen. Die Hüfte rüber, rüber. Und dann legst du dich hier rein, Digga. Da legst du dich rein. Und dieses Reinlegen hier ist einfach nicht einfach, ne? Genau. Weiter reinlegen und die Hüfte weiter rüber. Das gleichst du wieder aus. Ganz genau. Jetzt fängt es an, ästhetisch auszusehen. Ja, schiebste? Ja. Das ist ästhetisch. Ich spiel es nur nicht so. Ja, ich mach es halt in die andere Richtung, ne? Das ist ästhetisch, Digga. Das sieht super ästhetisch aus, wenn du da so stehst. Alle stehen so und einer steht mit Hüftversatz da, ne? Natürlich, das ist so, das muss man üben. Standbein, Hüfte rüber, reinlegen. Ne? Das ist ein S-Look hier, ne? Zopfie, ne? Ne? Hier, einer der ersten, denen ich so diesen S-Look beigebracht hab. Ich mag halt diesen ästhetischen Look, ne? Und von da aus, nämlich kann man dann hingehen und auch Streifen zeigen. Aber das ist natürlich jetzt für dich für drei Wochen auch vielleicht zu viel Input dann auch. Aber ich würde also zum Beispiel die ästhetische Bauch und Beine machen und dann kannst du den Fuß hier vorziehen und durchdrücken. Und das ist so killer, wenn hinten noch der Glut kommt und leicht streifig ist. Gibt es hier irgendwo ein Bild von mir, wo ich das so mache? Ne. Das ist schon, also du siehst, es gibt schon geile Sachen. Ne? Ähm. Und dann würde ich das mit Bizzik machen, nicht mit Brustmast. Mach's ruhig nochmal mal. Versuch doch mal. Ne? Also nochmal den Hüftversatz. Ja, jetzt machst du den wieder in die andere Richtung, aber okay. Ja? Vielleicht ist das auch besser. Zieh mal den Fuß näher an. Genau. Und zieh mal das Bein an. So. Ja, guck mal, in die Richtung geht auch jetzt auch besser. Und die Hüfte, versuchst du so, du ziehst die hier hoch. Hier drückst du die runter. Und die werden aber gerade, neutral in sich. Genau. Runter und darüber. Ganz genau. So. Ja. Guck mal, sieht doch schon cool aus. Muss man nur anziehen. Ja. Finde ich persönlich besser, als mit der Brust runter. Könnt ihr ja auch in den Kommentaren sagen, was sieht besser aus? Mit Bizeps oder nochmal mit der Brust? Baubeine mit Brust. Finde ich wieder das besser? Oder sagt ihr Arm oben? Nehmen wir den Bizeps wieder hoch, zum Beispiel. Zack. Ich kann auch sagen, warum ich das schöner finde, ist es irgendwie offener. Man sieht mehr. Mit dem Arm verdeckst du das Bein, den Bauch so ein bisschen. Und dann brust die Brust. Ich finde es ganz cool, da kommt dann die Ader ganz gut. Schulter und so, genau. Aber dann kommt ja auch die most maskuline Ader. Hast du ja noch. Willst du noch? Ja, machen wir. Mach mal raus. Gehen wir einen Schritt nach hinten, weil sonst Licht. Richtig Druck rein. Ja. Beine, genau. Und dann Schritt vor und mach die Crap. Immer. Ich glaub keine Crap, Junge. Wirklich machen. Die sind nicht alle viel massiver dann auf der Bühne oder so, dass du dann sagst, das sieht nicht aus. Das ist das, was wir im Podcast hatten, das Thema Willenskraft. Als ich den Gesamtsieg gemacht habe, haben die Judges wirklich, die sind zu mir auf die Bühne gekommen und haben gesagt, ich hab diesen Gesamt-Sieg damals wirklich gemacht, wegen diesem Mindset, wegen dieser, weil die haben gesagt, Alter, und du bam, auf die Bühne gestürmt, dein Bein war krass, durch die Stampfen hatte ich direkt die Aufmerksamkeit. Damals hab ich das sogar nicht mal gemacht, weil ich das so wusste, das hab ich anschließend analysiert, warum hab ich diesen Wettkampf gewonnen. Und das war einfach Alleinschaft mit mir. Ich hab so gestampft und dann bam, hab ich alles rausgeholt, alles angespannt, die Luft angehalten, die ganzen Adern kam raus. Du hast auch eine gute Vaskularität. Die ganzen Streifen, ganz genau, die Arme etwas kürzer, etwas vor. Genau, und das ist einfach nur dieser Abschluss. Und das fühlst du, das wirst du fühlen. Du gehst auf die Bühne, mach von mir aus diese Vaskular, mach die. Hältst du die, zeigst die, zeigst die und dann gehst du nochmal einen Schritt vor, stammst auf die Bühne und bam, holst alles raus. Und glaub mir, dieses, was ist dieser, dieses Sympathisieren mit den Judges, das ist so dieses, wow, hast du gesehen, der will nochmal, genau, guck dir deine Bruststreifen an und so, guck mal wie prall du wirst, wenn du die lange hältst. Halt dir mal jetzt fünf, sechs, sieben Sekunden. Guck mal wie deine Weben rauspuppen und so. Most maskular. Wer ist am maskulinsten? Wer ist am definiertesten? Wer hat die meisten Streifen, die Arme, darum geht's? Und dann so stehst du, so, ist mein Move maskular. Ich schwöre, ich hab so selten jemanden gesehen, der Wettkopf gewonnen hat, der am Ende nur so stand. Die stehen gerne alles auf, aber am Ende, ziehst du denen nochmal nach? Okay. Ja, das dauert ja, die halten die lange. Einfach nochmal aufmerksam, alleine durch die Bewegung, allein wenn alle so stehen und alle bleiben so stehen und einer macht immer nochmal, in dem Moment guckt jeder zu dir. In dem Moment hast du dich voller Aufmerksamkeit. Selbst wenn das dann nicht krass aussieht, in dem Moment kommt ja keiner mehr die anderen an. Das ist gut. Aber grundsätzlich supergute Pakete, also von der Mansfusik jetzt hier zu bodybuilding, Beine, hab ich dir damals schon gesagt, so, hat überall ein bisschen Masse gefehlt, hast du auf jeden Fall aufgebaut, das sieht man, 80 Kilo auf 1,81 ist stabil. 1,2 Kilo, wenn die bis zu gehen, die einfach noch runtergehen. Und nochmal, also mehr wird auch nicht gehen. Ich würde dir nicht empfehlen, noch viel weiter runter zu gehen vom Gewicht auch, am Ende, weil, werden dir vielleicht andere anderes sagen, aber ich dachte ja, weil wenn du am Ende dann die Fülle verlierst und du bist schon sehr gut definiert jetzt und dann bringst du nicht mehr den Look. Weil du bist jetzt schon so, also wie gesagt, 1,2 Kilo, dann ist auch der Glut da. Bin ich fest von überzeugt. Und mach auch nicht auf Zwang und auf Teufel komm raus, die Glut muss unbedingt streifig sein. Ich hab den Fehler damals gemacht, mittlerweile bin ich davon echt weg. Manche tendieren dazu, super schnell einen streifigen Glut zu bekommen, andere nicht. Aber wenn du da einen hast, der hat halt einen streifigen Glut, ist aber ansonsten dünn und du hast einen, der ist einfach echt prall, massiv, trotzdem streifig, vaskulär, sieht super aus, hat Energie, um zu posen und der hat keine streifigen Glut, der zerseht halt. Guck dir das an, wie jetzt mal zum Verhängnis. Seb hat ja genetisch immer einen freien Glut. So ein Patrick Teutsch ja auch zum Beispiel, aber wenn, wenn dann da einer daneben ist, einfach voll prall und voluminöser ist, dann gewinnt der. Dann gewinnen die dann doch so. Das ist immer so, das ist schwierig. Man kann sich halt auch wegdiäten, man kann auch einfach nur dünn sein. Das Balance hat die letzte Woche. Richtig. Und darum einfach nur, dass du jetzt nicht das Gefühl hast, du musst 75 wiegen haben, oder so, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob du da noch so gut aussiehst, weil jetzt hast du ein super gutes Paket, so insgesamt. Das könnte ein bisschen definierter sein, aber dein alter Oberkörper heißt Rekki, Digga, dein Rücken, wenn du die Aufnahmen siehst, Halleluja. Dreifiger geht zum Rücken nicht. Ja, geil. Und das ist so. Klar, Beine könnte halt noch ein bisschen was sein, aber auch die sehen gut aus. Und wenn du dafür dann am Ende Volumen lässt und so, dann bist du wieder nur dünn. Mega nice. Danke dir. Gut. Ich glaube, wir haben hier lange genug gemacht. Ja. Kriege ich jetzt Fissbank oder wir stehen bleiben? Fissbank. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Komm, mach ich jetzt nicht. Ja, nicht. Wir machen hier so einen Cut, genau. Dann kannst du hier. Ja, hey, André, vielen, vielen Dank für das Feedback. Es freut mich noch, sehr zu hören. André ist zufrieden. Ich auch. Ich bin gespannt auf die Aufnahmen, die gleich zu sehen. Und ja, vielen Dank auch fürs Zuschauen. Haut gerne in die Kommentare, was ihr noch glaubt, wie viel runter muss, was ihr denkt, was körperliche Schwachstellen sind, wo ich mich noch verbessern kann. Jetzt vielleicht auch noch in den letzten Wochen so ansteuerungsmäßig, hast du ja schon gesagt, mit dem Hamstring-Squads, habe ich auch selber schon im Intro erwähnt, dass es mir noch schwerfällt, trainieren, um die Radarspannung zu halten. Aber ich denke, ja, das hat mir noch mal viel gegeben jetzt hier. Also du wirst jetzt schon noch was verändern können in den nächsten 2er Wochen. Prost. Auf jeden Fall. Bei der Rückseite. Vor allem super wichtig. Mega. Weil dann gehen die Rückenprost auf selber nicht. Ich hoffe doch. Ja, sehr gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschau, tschau. Tschau. Judы.